Ich wollte zurück. Werte Deutschen und Deutsche, Niedersächsinnen und Niedersachsen, Parteifreundinnen und Parteifreunde oder kurz und bündig hier für uns bei der AfD, Moin Niedersachsen! Unser Gesetz, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist für unser Volk geschrieben. Es regelt grundsätzlich unser Miteinander. Das Gesetz ist für den Menschen da und nicht dem Mensch für das Gesetz. Es soll den Menschen unsere Sprache, unsere Kultur, also unser Dasein, unsere Identität schützen und unsere Freiheit und unseren Wohlstand bewahren. Nein, die Altparteien haben inzwischen etwas anderes im Sinn. Sie haben uns tatsächlich den Krieg erklärt. Sie haben erklärt, dass sie uns bis aufs Blut bekämpfen wollen. Sie erklären, dass dieser Krieg ein Vernichtungskrieg werden soll. Ich glaube, jeder, der die Bundestagsdebatten unserer Kollegen dort verfolgt hat, wird mir da Recht geben. Das ist endlich mal wieder ein lebendiger Parlamentarismus. Es wird klar, warum wir dort sind. Es wird klar, was wir dort machen wollen. Und es wird klar, dass diese Altparteien eine furchtbare Angst vor uns haben. Und das wird sich verstärken, meine Damen und Herren. Da bin ich ganz sicher. Aber ihr alle wisst, was uns noch enger zusammengebracht hat, das war das Schicksalsjahr 2015. Die illegale Grenzöffnung der Angela Merkel, die mehrere hunderttausend, über eine Million Menschen in unser Land gespült hat, von denen wir teilweise noch nicht einmal mehr wissen, wo sie sind, wo sie sich aufhalten und vor allen Dingen, welche Ziele sie hier in diesem Land verfolgen, liebe Freunde. Wir selbst haben in unserem Landesparlament einen Kollegen, der Grünen, Sebastian Striegel, der in der Parlamentarischen Kontrollkommission ist, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Dieser Kollege glänzte in 2015 mit dem Satz, ich wünsche mir Einwanderung bis zum Volkstod. Solche Leute sitzen bei uns in der Landesregierung, sie sitzen in einer Kommission, die den Verfassungsschutz überwacht. Und darum nehme ich diesen Verfassungsschutz auch nicht mehr ernst, weil diese Leute ihn schon längst hätten rausschmeißen müssen. Es nützt uns nichts, wenn der eine sagt, du gehörst nicht zum Flügel und der nächste sagt, du gehörst nicht zur AM. Wir sind alle aus demselben Grund in diese Partei eingetreten. Ich sage Ihnen meinen Grund, weil ich nicht mehr meine Meinung offen sagen konnte, ohne dass ich die Nazi-Keule gleich um die Uhr nach unten bekommen habe. Und auf dem ersten Stammtisch der AfD, auf dem ich war, war das ein Gefühl von Freiheit. Die wundern sich auch, dass unsere Automobilindustrie Stellen abbaut. Ich meine, wir haben doppelt so hohe Strompreise wie der Rest der EU. Nach Feinstaub, NOx, Fahrverboten, was haben die denn erwartet? Also echt, das sind die Leute da draußen und ich muss sagen, da bin ich lieber hier drin. Hier drin bei euch und trinkt mein Bier mit ganz normalen Leuten, die alle ein Ziel haben, nämlich unser schönes Vaterland von diesen Idioten zu retten. Christian Lindner hat auch immer so seine reichten Denkaussetzer, denn er hat verwechselt in der Debatte um Erdogan und seine Truppen und seinem Einmarsch Thüringen mit Syrien. Ja, darauf, der Einmarsch in Thüringen. Er hat vom Einmarsch in Thüringen gesprochen. Also super, syrische Bratwurst essen wir alle gerne. Der Gag-Kamera von Welke, das hat er nämlich verarbeitet. Und damit sind wir auch am Ende, denn genau darum geht es. In Thüringen werden wir hoffentlich schon den Boden zum Beben bringen. Das Motto in Thüringen muss sein, Thüringen regiert man nicht mit links. Vielen Dank. Und ich kann sagen, Deutschland hat in den letzten Jahren mehr als genug ertragen. Kaputte Infrastrukturen, kaputte Bildungs- und Sozialsysteme, Aufgabe der Landwirtschaft, des Handwerks, unseres Ingenieurskönns, Aufgabe der Eigenidentität und sinnlose Aufgabe der nationalen Sicherheit und damit einhergehender Verrohung der Gesellschaft und gefühlter Überfremdung. Liebe Freunde, hier und heute in dieser Halle in Niedersachsen stellen wir fest, wir haben in Deutschland genug ertragen. Es reicht. Stehen wir auf, liebe Freunde. Wir haben genug ertragen. Wir dürfen auch wieder wir sein. Leben wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Lieben wir unsere Demokratie und beleben wir unsere deutsche Werte. Damit für unsere Zukunft eines wieder einen verzaubernden Klang in der Welt bekommt. Made in Germany. Und deswegen lasst uns wertverbunden, ehrlich, mit Charakter und Rückgrat, brüderlich und schwesterlich zusammenstehen. Liebe Freunde, auf geht's für unsere Heimat, für Niedersachsen, für unsere Familie. Auf geht's Niedersachsen! Auf geht's! Auf geht's! Ja, also wir waren ja jetzt hier bei dem zweiten politischen Oktoberfest in Niedersachsen und das ist ganz hervorragend gelungen. Ich denke, Andreas, du siehst das ganz genauso. Auch hier konnten wir wieder zeigen, dass wir einen Einigungsprozess nicht nur mit Worten halten können, sondern dass wir ihn auch leben können. Ausgezeichnete Veranstaltungen, viele Patrioten sind hier vor Ort und ich muss sagen, hervorragende Reden, hervorragende Stimmung. Wir haben ja unsere Wahlkämpfer in Thüringen auch von hier aus noch unterstützen können, haben Wahlkampf für die anderen gemacht und haben natürlich auch unsere Positionen hier verbreitet, wie sich das gehört. Dass wir unsere Mitglieder eben nicht nur auf die Parteitage bringen oder an den Infoständen, sondern dass wir unseren Mitgliedern etwas bieten, was das Herz bedient, was den Patriotismus bedient. Und das ist von Anfang an das Ziel und Zweck dieses Oktoberfestes gewesen. Und es wird zur festen Tradition in Niedersachsen werden. Man spürt die patriotischen Gedanken durch den Raum, zieh hin. Es waren wunderbare Reden, die allen gefallen haben, die jedem etwas mitgegeben haben. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft diese Art Feier in Niedersachsen möglich ist, stärker wird und dass es daraus eine Tradition gibt, die wir dann in ein paar Jahren feiern werden. Danke. Wir sind hier, wir haben super Reden gehört, super Stimmung, bilateral noch viele Gespräche. Und ich kann nur sagen, der patriotische Aufbruch, er findet in Niedersachsen Gehör. Wir gehen nach vorne und ich kann mich nur bedanken, hier eingeladen worden zu sein. Und ich denke, in drittes, viertes, fünftes, sechstes wird es noch geben. Das ist Tradition, die gelebt wird. Super Veranstaltung, Bombenstimmung, voller Saal, tolles Essen, tolle Redner. Muss man unbedingt fortsetzen. Und vor allen Dingen, ich muss das jetzt unbedingt in Bayern implementieren und deswegen von hier exportieren bzw. in Bayern einführen, das Oktoberfest in Bayern. Wow, was für eine Innovation. Vielen Dank. Es ist besonders wichtig aus meiner Sicht, dass wir zusammenwachsen zu einer großen, einigen und kampfstarken Familie. Ich glaube, das ist heute hier wieder der richtige Weg gewesen, um in diese Richtung zu gehen. Denn wir werden noch viele Schlachten gemeinsam schlagen müssen. Wir werden noch viel gemeinsam ertragen müssen. Und wir werden dieses Land noch gemeinsam sehr weit voranbringen. Ich finde es toll. Es macht Spaß in diesem Sinne. Ja, ich durfte ja nun schon zum zweiten Mal dieses Oktoberfest miterleben und möchte da auch mal Dank sagen an alle, die dieses Fest mitorganisiert haben. Mit unterstützt haben. Dafür großen Dank. Und die Belohnung haben wir heute wieder gesehen. Tolle Reden, tolle Stimmung. Es macht richtig Spaß. Und was wir ja gerade gehört haben, dass es noch nicht mal in Bayern ein Oktoberfest gibt. Ja, also wir exportieren jetzt aus dem Norden in den Süden nach Bayern das Oktoberfest. Wenn das kein Erfolg ist. In diesem Sinne noch viel Spaß heute Abend. Hier schwebt der Geist von Geschlossenheit und Schulterschluss durch die Halle. Es macht Spaß. Es inspiriert. Es gibt Mut. Mut für die Kämpfe der Zukunft, für den politischen Kampf. Und den haben wir angenommen. Denn eins steht fest. Bei uns hat Hass keine Chance. Bei uns zählt nur eins. Liebe. Liebe zu unserem Vaterland. In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen. Und vielleicht bis nächstes Jahr zum dritten politischen Oktoberfest. Dankeschön.